Jetzt haben wir Luca hier, unseren Eifrankfurter, den haben wir ja günstig gegriffen damals. Da ist Bruchhaken immer noch sauer über, glaube ich. Aber was auch immer muss sein. Wer will in Frankfurt Fußball spielen, das spielen wir lieber hier in Hamburg. Ich hoffe, der Trainer hat ein bisschen Fingerspitzengefühl. Der Junge brennt. Der brennt. Wie ein Imbiss, wie Frittenfett. Aber ich kann den Jungen da nicht aufsehen, schade. Bei mir hätte ich das Spiel von Anfang an. Aber das ist ja nur meine Meinung. Gut drauf ist er schon seit Wochen. Und wir sagen immer, wir wollen junge Leute sehen, das würde in Frankfurt passen. Sein Vater ist da, die ganze Familie ist da, die wohnen wir da unten. Das wäre ja große Klasse. Du, jetzt nimm den dicken Kopf weg. Du bist ja nur am Fotografieren. Ja, natürlich. Natürlich. Ich tapitiere meine Wohnung. Ja, ja. Aber Patrick Wasserzieher musst du natürlich auch machen. So ist er ja Patrick. Wo ist Patrick noch da? Ne, der ist weg. Da ist er doch. Wo ist er vorne? Da steht er doch. Ach da hinten, der Mann mit der Platte, ja. Bisschen wenig Haar hat er, ne. Aber sonst sieht er gut aus, ne. Patrick Wasserzieher von Sky. Mein Freund, ja. Er hat gesagt, er will mich mal einladen. Ja, gut. Dann spreng ich den Rahmen dabei. Weiß gar nicht mehr. Ne, also. Und der mit Ton und Taxis an einen Tisch. Das wird das Richtige. Mit unserem Leinprediger. Ja, den haben wir den. Dann stell ich die Kerze mitten auf den Tisch. Aber Patrick Wasserzieher ist ja innerlich ein alter HSVer. Ne, das wissen wir ja auch. So ist er. Siehst du doch. Jetzt haut er ab mit den Jungs. Hat er Kinder, hat er auch. Hab ich gar nicht gewusst. Ja, Kinder sind unsere Zukunft. So, was ist er nun, Luca Waldschmidt? Mir fällt gleich die Arme der Arme ab. So ist er, ja. Und wie geht's dir denn gut? Immer gut. Wunderbar. Du fährst ja mal vorbei bei mir. Ja, logisch. Weiß ich da auch. Natürlich. Warte mal. Ich wollte mal mit Luca, Herr Waldschmidt. Komm da. Ja, logisch. Das spenden wir auch. Wir spenden. Jeden Tag. Luca, war das seit Frankfurt? Bist du da rein, oder was? Ich weiß es nicht. Ich hau das Ding gerade. Nein, jetzt will ich mit Kitzel mal ein Wort reden. Das geht doch gar nicht anders. Du brennst doch, Alter. Loge. Hau rein. Ja, was denkst du denn? Und wenn das zehn Minuten, du musst da rein und nichts anderes. Ja. Dann schalte ich das Ding ab. Tschüssi. Ciao.